Hey und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin heute in Troatien und ich vlogge heute, also würde ich sagen, let's beginn. Hier ist das Loch jetzt gestoppt. Wir sind jetzt fertig mit Strandsachen gepackt und die Ananas ist aufgeblasen. Das ist so cool. Wir sind so froh, dass die gefliegt ist und dieses Loch, das fällt gar nicht auf. Miri, voll gepackt. Heute ist echt der heißeste Tag seitdem wir hier sind, oder? Finde ich auch. Also es ist echt so, hu hu hu. Aber ich mag die Temperatur. Ich auch. Wir sind jetzt kurz in so einem Strand vorbeigefahren, um den uns mal anzugucken. Aber der sieht nicht so gut aus und deshalb fahren wir jetzt wieder nach SREMA. Ja, also da, wo wir jetzt schon zweimal waren. Wir sind jetzt in SREMA angekommen und müssen jetzt nach Lien suchen. Aber das ist, glaube ich, kein Problem, weil es sind so viele liegen frei. Wir sind halt mega früh. Wir müssen jetzt erst zwölf Uhr. Wir wollten so probieren, heute mal früher aufzustehen. Das ist so gut gelungen. Ja, und leider hat das mit der Ananas nicht wirklich funktioniert. Die ist so richtig so lampig. Wir gehen jetzt ins Wasser. Ach Miri, was haben wir übrigens eben gemacht? Polaral-Quilter. Yay! Die sind voll cool. Ich bliffe die jetzt mal ein. Die haben uns jetzt noch eine große Pommes geholt. Sieht voll cool aus, oder? Und ja, die essen wir jetzt erst mal. Und wir haben ja gerade Mama gespielt und wir waren nochmal im Wasser. Und ich will, also wir gehen gleich, glaube ich, hoffentlich nochmal ins Wasser. Und wir waren gleich noch Knüffelspielen, weil ich das cool finde. Und ja, die Pommes sind voll lecker. Wir tauchen jetzt auf den Mund. Wuhu! Da ist ein. Ich hoffe, ich schau. Ich bin eben so mit Tete für eine Viertelstunde, also Tete eine Viertelstunde ins Wasser gegangen. Und dann haben wir so am Ende irgendwie, haben wir dann so einen Wecker gestellt für 15 Minuten. Und dann haben wir, der hat sich halt so unter Wasser voll laut angehört, weil wir uns halt so Fische angeguckt haben in dem Moment. War richtig, richtig cool. Und dann haben wir Despacito angemacht und es war richtig, richtig cool. Und die Musik, also der Beat, der war richtig, 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 richtig cool. Und dann habe ich die ganze Zeit noch Musik gehört und war bestimmt so 40 Minuten oder so noch alleine im Wasser und haben mir die ganze Zeit Musik angehört. Also wirklich so 40 Minuten und ich hab, das war so, 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 so cool. Also, das war richtig, richtig, richtig cool. Also, 40 Minuten war ich einfach nicht im Wasser und ich war jetzt, ich war jetzt, ich war jetzt bestimmt eine Stunde lang im Wasser. Wir sind wieder da. Wir fahren jetzt gerade nach Odizem und, ähm, also da gehen wir jetzt essen und dann gehen wir da noch auf der Station. Bummeln, du weißt, Fotos machen auf jeden Fall. Ja. Okay, okay. Okay. Miri, du fließt Lava. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir waren, wollten gerade so beim Post Office, ähm, eine Postkarte holen und wir waren so einfach so... Post-Marke. Ja. Einfach so... Brief-Marke. Ja. Wir waren einfach so vier Minuten spät und wir lachten uns nur so, in Ernst? Und da saß sogar noch jemand. Ja. Ich hab jetzt ein Eis und zwar guck, das ist blau wäre und super, super lecker. Hey! Hey! Oh, bitte, Mäse! Ja. 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 Wir sitzen jetzt wieder im Auto und also wir haben uns ja diese coolen Armbänder gerade gekauft, wie ihr ja gesehen habt, wie wir die angezogen haben. Ja. Und ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause und ich hab so einen Durst. Ich hab jetzt die ganze Zeit noch den Block geschnitten und Tati hat das Scrapbook und es ist dann rausgekommen. Das sieht so cool aus! Und noch eins, ne? Ja. Da bin ich heute richtig viel. Ja. Und ja, das ist richtig cool und wir haben heute richtig, richtig viele Polaroid-Bilder im Auto. Stimmt so. Sechs? Ja. Mindestens. Oder sie? Keine Ahnung. Ja. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann würde revolate, aber es d에게 den Be Falls ni 가격 inszen, wähle mal bien über alles. Bisним 3 Mal hin. bis zum kenneal hin. Bенно fertig bin. Bis zum kenneal hin. Tschüss. Got Lib phasesan.